Bitcoin setzt einen zum Reversal, wir haben interessante Funding-Daten reinbekommen, die Spot ETFs sind wieder am Umdrehen und was die Liquidation Heatmap zu dem ganzen Thema sagt, schauen wir uns im heutigen Video an. Damit auch herzlich willkommen hier zum täglichen Update auf dem Crypto-EUK-Kanal, ich bin Finn, wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst doch gerne mal ein Like und einen Kommentar da und sonst würde ich sagen, starten wir jetzt wie gesagt in das heutige Update rein. Als allererstes schauen wir uns dafür die Liquidation Heatmap an, hier können wir ganz klar erkennen, dass wir natürlich auf dem One-Month-Timeframe hier ab den 72.000 ungefähr hier über unseren lokalen Hochpunkt deutliche Liquidationsbereiche haben. Das heißt, wenn wir jetzt dieses bisherige Reversal, was wir jetzt gesehen haben, diesen Anstieg hier bis knapp zu den 70.000 wieder, wenn wir das fortsetzen können, könnte es natürlich hier nochmal ein sehr verstärkter Pump in dieser Rallye geben aufgrund dieser Liquidationsbereiche. Und man muss auch ganz klar sagen, was sozusagen auch hier bullisch aussieht, ist, dass wir natürlich jetzt hier einen ziemlich großen Platz unter uns haben, wo keine sehr starken Liquidationsbereiche sind, weil wir natürlich hier unten eigentlich die ersten großen relevanten Bereiche um die 60.000 erst haben, von denen wir ja inzwischen jetzt dann doch ein ganzes Stück entfernt sind. Das zweite, was wir uns heute anschauen, sind die Spot ETF-Flows. Hier können wir jetzt einen zweiten Tag wieder grüne Influence verzeichnen, diesmal auch wieder etwas größer, was natürlich grundsätzlich erstmal auch wieder ein positiver Marktimpuls ist. Und vor allem natürlich hier, dass das nicht mehr so stark negativ ist, wie das in den letzten ein, zwei Wochen jetzt zwischenzeitlich dann doch durchaus war. Also hier aus der Liquidationsmap und den Spot ETFs können wir eigentlich eine relativ positive Entwicklung erkennen. Hier in den Exchange-Staaten können wir auch ganz klar sehen, dass diese hier sich erstmal zwischenzeitlich sehr deutlich beruhigt hatten und trotzdem, wie wir jetzt hier wieder dieses deutliche Reversal gesehen haben, die Funding-Fin noch nicht deutlich angestiegen ist. Wir haben trotzdem einen Zuwachs der Open Interest gesehen, also hier ein sehr ausgeglichenes Verhältnis, was sehr nachhaltig wirkt. Wir sehen zusätzlich auch, dass der CVD-Spot mit anzieht. Das heißt, dass hier auch Spot-Nachfrage besteht mit den Spot ETF-Daten und der Liquidation-Hitmap. Wie gesagt, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier erstmal weiter nach oben gehen werden. Als letztes schauen wir uns jetzt nochmal die Charts an. Hier können wir auch einige sehr interessante Infos erkennen und zwar beispielsweise, wenn wir mal auf den Daily-Chart mal schauen, können wir sehen, dass es wichtig wäre, dass wir heute von den Volumensbereichen hier, die wir haben, im besten Fall so ungefähr hier zumindest innerhalb des oberen Teils dieser Volumensbox von 68.500 und 66.400 schließen würden. Wenn wir jetzt hier wieder deutlich abverkauft werden sollten bis zum Daily-Cross, wäre das natürlich nicht sonderlich bullisch. Wobei man auch ganz klar sagen muss, dass es auf den kleineren Timeframes gar nicht so schlecht aussieht. Wenn wir uns hier mal anschauen, befinden wir uns ja immer noch in unserem größeren Symmetrical Triangle, was natürlich jetzt hier unten wieder Support gefunden hat oder uns Support gegeben hat mit dem Bitcoin-Kurs. Wir haben jetzt hier sozusagen den Bounce auf diesem Chart-Pattern wieder gesehen und klar, es ging jetzt sehr schnell nach oben. Das heißt, ein kleiner Rücksetzer kann durchaus sein, aber solange wir jetzt hier nicht weiter abverkauft werden, sondern eher wieder aufgekauft werden, denke ich eigentlich, dass es sehr gut aussieht, dass wir hier den oberen Bereich, die Symmetrical Triangles, rund um die 70.600 auf jeden Fall nochmal antesten werden. Und dann ist es natürlich eben die Frage, ob wir es hier schaffen, durch diesen Resistance durchzubrechen, dann hier auch die Highs zu durchbrechen, weil das wäre genau der Bereich natürlich dann auch, wo wir hier in der Liquidation Heatmap unsere größeren Liquidationslevel hätten. Was natürlich bedeuten würde, dass sobald wir hier aus diesem Bereich ausbrechen, dass wir hier natürlich dann eine etwas schnellere Bewegung nach oben sehen könnten. Und das wäre natürlich hier gerade auch mit diesem Chart-Pattern eine eigentlich sehr logische Chart-Bewegung. Alles in allem schaue ich jetzt also hier nach den Volumenszonen einmal hier, ob wir es jetzt hier in den nächsten drei Stunden noch schön schaffen, vielleicht gegebenenfalls sogar über den 68.400 Dollar und 68.500 Dollar zu schließen. Das wäre natürlich extrem bullish, weil wir dann hier sozusagen wieder sehr schön auf unserer Box aufgekauft worden wären. Aber auch sollten wir jetzt hier einfach im oberen Bereich irgendwo schließen, wäre das für mich jetzt kein schlechtes Anzeichen, dass wir zumindestens erstmal jetzt hier diese weitere Bewegung nach oben sehen werden und sozusagen hier nochmal den nächsten Versuch zumindestens starten werden, aus diesem Chart-Pattern nach oben auszubrechen. Ob wir dann eben hier rejected werden, müssen wir dann schauen. Ich glaube, das war aber schon das Wichtigste. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gerne ein Like da lassen oder einen Kommentar, was ihr jetzt denkt, ob wir weiter nach oben gehen werden und nach oben ausbrechen werden oder eben nicht. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder im täglichen Update. Ciao, ciao.